Hallo und herzlich willkommen zum Teamszenario von Supremacy 1914. Ja, wir haben ja am Tag 5 schon festgestellt, dass Marokko im Grunde für sein Team bereits verloren hat, weil es ja im Rahmen des Untergangs ist. Auch das Osmanische Reich ist jetzt massivst unter Druck. Russland konnte da erfolgreich einmarschieren, hat da ein wenig Stress verbreitet. Ja, das passiert natürlich, wenn man sich ein bisschen in solch einem Teamszenario zu dolle mit der KI beschäftigt und von vornherein versucht, zu viel und zu gierig zu erobern. Im Grunde hat Spanien ja für uns das Spiel ja schon am Tag 5 entschieden, indem man natürlich einen großen, großen Trupp von Marokko vernichtet hat. Marokko selber an Portugal mächtig dolle gescheitert ist und da auch sehr viele Verluste hinnehmen musste. Dasselbe gilt natürlich auch für das Osmanische Reich, das gegen Griechenland sehr, sehr viele Verluste hatte. Dann natürlich auch, da es ja ein Teamszenario ist, hat das Osmanische Reich auch direkt den Krieg erklärt, nachdem Marokko den Krieg an Spanien gerichtet hat. Das hat natürlich Russland direkt dazu verleitet, dort einzumarschieren. Und Russland hat die Einladung natürlich auch so perfekt umgesetzt und hat dann erstmal Sinope und Ankara erobert. Und, tja, das war jetzt natürlich für das Osmanische Reich ein bisschen doof. Hatte ja seine Hauptstadt von Konstantinopel extra umgesetzt gehabt und genau das Ding ist jetzt im Grunde auch zu seinem Verhängnis geworden. Dadurch war es Russland ja möglich, da so schnell einzumarschieren. Darum können wir uns das jetzt erlauben, hier oben in Belgien ein wenig Krieg zu führen und dort ein wenig Stress zu verbreiten, weil die Gefahr ist halt relativ gering. Selbst wenn Deutschland uns den Krieg erklären würde, wäre halt einfach immer noch zu viel im Gegenpool, um halt ihn dort aufhalten zu können. Und von daher, ja, wie gesagt, im Grunde, das Spiel ist entschieden. Es wurde bereits am Tag 5 entschieden. Das muss man knallhart zu sagen. Wir haben uns jetzt noch in den Provinzen, die nicht besetzt sind in den Ländern, halt das Wegerecht besorgt, so wie in Frankreich oder in Österreich. Ansonsten werden wir jetzt halt gucken, dass wir hier hinten uns Streit suchen. Sehr schön, da ist auch noch gleich eine Provinz gefallen. Das ist natürlich sehr sympathisch. Wir wollen ein bisschen was mitnehmen. 85 Mann. Und greifen jetzt Brüssel an. Wir werden dieses dann entsprechend auch neu erobern. So, dann werden wir auch noch mal gucken, dass wir hier uns selber noch wieder ein paar Einheiten zusammensammeln. Haben hier noch ein bisschen was vor Ort. Zack, zack. Alles hier so ein bisschen zum Schutz gegen Deutschland runterziehen. Und wir haben jetzt hier auch einen Trupp auf den Weg geschickt. Richtung Osmanisches Reich. Ob der da noch halbwegs sinnvoll ankommt, wage ich dezent zu bezweifeln. Der Trupp ist nämlich ziemlich lang unterwegs. Jetzt muss ich mir wieder einsammeln hier. Zack. Der ist noch zwei Tage unterwegs. Also 48 Stunden noch fast. Also ob der da noch pünktlich ankommt und effektiv noch einschreiten kann, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ist aber auch nicht weiter dramatisch. Wir haben Wegerecht. Und im Endeffekt geht es nur ein bisschen um die Unterstützung von Russland. Damit Russland hier hinten eventuell ein bisschen freier spielen kann. Und wir hier ein paar Einheiten wegfangen können, damit das Osmanische Reich dort nicht unbedingt noch einiges mit übersetzen muss. Oder kann und soll und darf und wie auch immer. Und dann haben wir hier natürlich auch noch Bewegung. Hier hinten Italien und Spanien sind dabei, Marokko nur endgültig platt zu machen und zu erledigen. Ja, von daher ist das natürlich sehr, sehr schnell und sehr, sehr knallhart gelaufen. Und ja, wir haben jetzt Tag 8. Wir haben jetzt die Fabriken im Bau. Aber im Endeffekt kommen sie eigentlich schon fast beinahe nicht mehr zur Wirkung. Also da muss man ganz ehrlich sagen, SG-14 hat hier die Karte sehr, sehr zügig entschieden. Wie gesagt, am Tag 14 war das, am Tag 5 war das Ganze schon durch. Und das Ganze wurde entschieden hier unten von unserem 1-6-1-2-Üpern. Und dann natürlich hier hinten von unserem Kampfdröhnchen. Der hat da natürlich auch noch ein bisschen Stress verbreitet und hat hier hinten natürlich das Osmanische Reich in Beschlag genommen. Und dann haben wir natürlich hier ja noch Italien in Form von Mad Power, der da natürlich auch noch mit eingemarschiert ist und so. Von daher halt ein schneller, klarer Sieg für die SG-14. Ja, und wir gucken mal, was wir jetzt noch so an den Resten abstauben können. Weil viel mehr wird das dann im Endeffekt auch gar nicht mehr. Und von daher sage ich dann erstmal Tschüss und Bye-Bye.